Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns gemeinsam das Zuordnen von Zahlen in die einzelnen Zahlenbereiche näher anschauen. Wir setzen uns jetzt noch einmal mit den einzelnen Zahlenbereichen von den natürlichen Zahlen bis zu den komplexen Zahlen auseinander und werden auch gemeinsam, und du wirst auch selbstständig, Beispiele machen, wo du Zahlen zu den einzelnen Zahlenbereichen zuordnest. Zuvor habe ich dir wieder einen Überblick mitgebracht, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam erarbeiten. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist mir, dass du Bescheid weißt über diese einzelnen Zahlenbereiche von den natürlichen Zahlen bis zu den komplexen Zahlen, welche Zahlen sie beispielsweise umfassen und wie diese Zahlenbereiche miteinander verbunden sind, das heißt, wie diese Zahlenbereiche auch ineinander eingebettet sind. Also ein kleinerer Zahlenbereich in natürlichen Zahlen in den größeren Zahlenbereichen der ganzen Zahlen eingebettet sind. Zusätzlich solltest du auch bereits wissen, wie die einzelnen Zahlen in diesen Zahlenbereichen ausschauen, wie sie definiert sind, wie beispielsweise eine rationalzahl definiert ist und wie auch eine komplexe Zahl ausschaut. Welche Ziele werden wir gemeinsam in diesem Video erarbeiten? Nach diesem Video solltest du verschiedene Zahlen, die gegeben sind, den einzelnen Zahlenbereichen zuordnen können, dass du weißt, dass eine bestimmte Zahl in einen Zahlenbereich gehört und auch in die nächstgrößeren Zahlenbereiche hineingeschrieben werden kann. Zusätzlich solltest du auch noch die tiefere Verbindung zwischen diesen einzelnen Zahlenbereichen kennenlernen, das heißt, die Einbettung. Wie hängen jetzt diese Zahlenbereiche wirklich ineinander zusammen und was machen diese Zahlenbereiche für sich selbst aus? Dazu möchte ich mit dir gerne eine kleine Wiederholung machen und ein wenig auffrischen, das, was du bereits zu den Zahlenbereichen können solltest. Schauen wir uns dabei gemeinsam dieses Mengendiagramm an, in dem die einzelnen Zahlenbereiche grafisch dargestellt sind. Wir haben die natürlichen Zahlen N, die ganzen Zahlen Z, die rationalen Zahlen Q, die realen Zahlen R, die irrationalen Zahlen und die komplexen Zahlen. So hängen sie miteinander zusammen. Doch wie kann man das jetzt gut interpretieren? Fangen wir bei den natürlichen Zahlen an. Die natürlichen Zahlen, wie wir in diesem Diagramm sehen, sind ein Teil der ganzen Zahlen. Das heißt, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Somit können wir auch sagen, dass jede natürliche Zahl automatisch eine ganze Zahl ist. Wie beispielsweise die Zahl 2, sie ist automatisch auch eine ganze Zahl. Schauen wir ein wenig weiter. Die ganzen Zahlen Z sind auch ein Teil der rationalen Zahlen Q. Also können wir sagen, dass die ganzen Zahlen eine Teilmenge von Q sind. Und damit auch folgt, dass jede ganze Zahl automatisch eine rationale Zahl ist. Wie beispielsweise die Zahl minus 4, die ist nicht nur eine ganze Zahl, sondern auch eine rationale Zahl. Schauen wir ein wenig weiter. Diese rationalen Zahlen sind ein Teil der reellen Zahlen. Gemeinsam mit den irrationalen Zahlen ergeben sie die Menge der reellen Zahlen. Insgesamt können wir damit sagen, dass die rationalen Zahlen eine Teilmenge der reellen Zahlen sind. Und damit gilt, dass jede rationale Zahl automatisch auch eine reelle Zahl ist. Wie beispielsweise die Zahl 3 durch 4 oder 3 Viertel. Die ist nicht nur eine rationale Zahl, sondern auch eine reelle Zahl. Und dieses große Gebilde R, das ist auch eingebettet in den größten Zahlenbereich. Das ist der Zahlenbereich der komplexen Zahlen C. Damit können wir sagen, dass die reellen Zahlen eine Teilmenge der komplexen Zahlen sind. Und damit auch automatisch folgt, dass jede reelle Zahl auch eine komplexe Zahl ist. Die reellen Zahlen sind genau diejenigen Zahlen, deren Imaginärteil 0 ist. Damit sind die reellen Zahlen ein Teil der komplexen Zahlen. Beispielsweise die Zahl Wurzel aus 2, das ist eine reelle Zahl, sogar eine irrationale Zahl. Und automatisch auch eine komplexe Zahl. Eine Sonderrolle in diesem Diagramm spielen die irrationalen Zahlen. Denn sie sind getrennt von den übrigen Zahlenbereichen wie N, Z oder Q. Gemeinsam mit den rationalen Zahlen ergeben aber die irrationalen Zahlen den großen Zahlenbereich der reellen Zahlen. Das heißt, Q, die irrationalen Zahlen vereinigt mit den irrationalen Zahlen, ergeben alle reellen Zahlen. Aber der Durchschnitt von Q mit I, den irrationalen Zahlen, ist leer. Das heißt, dass es keine rationale Zahl gibt, die in den irrationalen Zahlen liegt und keine irrationale Zahl liegt, die in den rationalen Zahlen liegt. Damit spielen die irrationalen Zahlen hier eine Sonderrolle bei diesen Zahlen. Gemeinsam mit den rationalen Zahlen ergeben sie den Mengenbereich R. Aber gemeinsam mit den rationalen Zahlen im Durchschnitt ergeben sie leere Menge. Es gibt kein Element, das sowohl in Q als auch in den irrationalen Zahlen liegt. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. ZB Die Zahl 3 Die Zahl 3 ist eine natürliche Zahl. Das wissen wir bereits. Weil aber die natürlichen Zahlen eine Teilmenge der ganzen Zahlen sind, folgt automatisch daraus, dass 3 auch eine ganze Zahl ist. Weil aber wiederum die ganzen Zahlen eine Teilmenge der rationalen Zahlen sind, folgt daraus, dass 3 auch eine rationale Zahl ist. Daraus folgt wiederum, dass 3 auch eine komplexe Zahl ist. Denn diese einzelnen kleinen Teilbereiche sind in die größeren Zahlenbereiche eingebunden. Wollen wir jetzt gemeinsam eine Übung machen. Kreuze jeweils alle Zahlenbereiche an, in denen die Zahl, die gegeben ist, enthalten ist. Beginnen wir mit der Zahl 42. Die Zahl 42 ist eine ganz typische natürliche Zahl. Das heißt, die Zahl 42 ist in n enthalten. Und wir wissen bereits, dass jede natürliche Zahl auch in den nächsthöheren Zahlenbereichen vorhanden ist. Also auch in Z, in Q, in R und in C. Das dürfen wir nicht vergessen, dass die Zahl 42 nicht nur eine gesonderte natürliche Zahl ist, die mit den anderen Bereichen nichts zu tun hat. Sondern die Zahl 42 ist auch eine ganze, eine rationale, eine reelle und eine komplexe Zahl. Schauen wir einen Schritt weiter. Die Zahl minus 3. Die Zahl minus 3 ist eine typische ganze Zahl, die nicht in den natürlichen Zahlen liegt. Wohl aber liegt die Zahl minus 3 in den rationalen, in den reellen und wiederum auch in den komplexen Zahlen, da die Zahlmenge Z eingebunden ist in Q, in R und in C. Schauen wir einen Schritt weiter. Bei 3,14. 3,14, das ist eine Dezimalzahl. Also kann sie keine natürliche und auch keine ganze Zahl sein, denn das widerspricht der Definition der ganzen Zahlen. 3,14 ist eine Dezimalzahl, die als Bruch dargestellt werden kann mit 314 Hundertstel. Also ist sie eine Bruchzahl, eine rationale, eine reelle und damit auch wiederum eine komplexe Zahl. Die Zahl minus 4,2, ich schreibe das unten her, minus 4,2 periodisch kann geschrieben werden, oder das ist ungefähr minus 4,22222 und so weiter. Das heißt, in der Nachkommenentwicklung treten nur 2 auf. Es ist damit eine periodische Dezimalzahl und damit liegt sie auch im Bereich Q, R und auch C. Die Zahl Wurzel aus 3, als nächste Zahl. Die Zahl Wurzel aus 3 ist eine besondere Zahl, denn die Wurzeln wurden ja eingeführt bei der Erweiterung von den rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen. Die meisten Wurzeln sind keine rationalen und auch keine ganzen und keine natürlichen Zahlen. Das sind nur die Quadratzahlen, wie beispielsweise 1, 4, 9, 16. Wenn man hier die Wurzel zieht, dann erhält man natürliche Zahlen. Die anderen Wurzeln sind ja bei der Erweiterung von Q zu R dazugekommen. Also die Wurzel aus 3 auch so eine Zahl, die nicht in Q liegt, wohl aber in R. Und auch in C natürlich. Es ist eine irrationale Zahl, die Wurzel aus 3. Die Zahl Wurzel aus 9 ist jetzt eine Quadratzahl. 9 ist eine Quadratzahl und ergibt damit 3. Man glaubt zuerst, Wurzel aus 9 ist nur in den reellen und in den komplexen Zahlen drinnen, ist aber, wenn man es genauer anschaut, 3. Und damit ist Wurzel aus 9 auch eine natürliche Zahl und folglich auch in allen größeren Zahlenbereichen drinnen. So, die Zahl 8 Drittel oder 8 durch 3. Das ist ein Bruch, der bereits gekürzt ist. Man kann ihn nicht weiter kürzen. Damit ist es auch keine ganze Zahl, dass 8 Drittel nicht das ganze Zahl dargestellt werden kann. Und damit liegt 8 Drittel als Bruchzahl in den rationalen Zahlen und wiederum in den reellen und in den komplexen Zahlen. Denke immer daran, dass du auch Kreuze bei den nächsthöheren Zahlenbereichen machst. Denn kleinere Zahlenbereiche sind eine Teilmenge der größeren Zahlenbereiche und folglich ist auch ein Kreuzchen bei den höheren Zahlenbereichen zu setzen. Ich habe für dich jetzt auch eine selbstständige Übung noch mitgebracht, die du alleine machen solltest. Kreuz sie jeweils alle Zahlenbereiche an, in denen wiederum die Zahl enthalten ist, die hier gegeben ist. Das heißt, mach ein Kreuzchen bei denjenigen Zahlenbereichen, in denen die Zahl, die du gegeben hast, enthalten ist. Stoppe hierzu das Video. Versuchen wir, diese Zahlen jetzt gemeinsam den Zahlenbereichen zuzuordnen. Die erste Zahl, die wir haben, ist minus 30 Sechstel. Schauen wir uns diese Zahl ein wenig genauer an. Minus 30 Sechstel, man glaubt zuerst, es ist keine ganze und auch keine natürliche Zahl, weil sie als Bruch dargestellt ist, aber wir können Brüche immer kürzen. Minus 30 Sechstel können wir oben und unten durch 6 kürzen. Oben ergibt es 5 und unten, wenn wir 6 durch 6 kürzen, ergibt es 1. Also erhalten wir minus 5. Und minus 5 ist jetzt sogar auch eine ganze Zahl. Das heißt, wir können minus 30 Sechstel auch als ganze Zahl anschreiben und müssen daher das Kreuzchen bereits bei den ganzen Zahlen setzen, auch bei den rationalen, auch bei den reellen und natürlich auch bei den komplexen Zahlen. Das heißt, kürze Brüche so weit wie möglich. Wenn du eine ganze Zahl erhältst, dann ist diese Zahl auch in den ganzen Zahlen drinnen. Ist sie keine ganze Zahl mehr, dann liegt sie nur in den rationalen Zahlen und natürlich auch in den reellen und komplexen Zahlen drinnen. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. 4 minus 2i. Diese Zahl besitzt einen Realteil und einen Imaginärteil. Eine solche Struktur haben nur die komplexen Zahlen. Und weil wir auch einen Imaginärteil haben, liegt diese Zahl nicht mehr in R, sondern liegt nur mehr in C. Das ist eine ganz typische, rein komplexe Zahl und keine reelle Zahl mehr. Das nächste Beispiel ist minus 3,725 periodisch. Wenn wir uns diese Zahl anschauen, dann erhalten wir eine Periode von 2 mit 2 und 5, die immer auftritt in der Nachkommenentwicklung. Das ist eine periodische Dezimalzahl und damit auch eine rationale Zahl. Auch eine reelle und auch eine komplexe Zahl. Periodische Zahlen, die eine periodische Nachkommenentwicklung haben, sind immer rationale Zahlen und damit auch reelle und komplexe Zahlen. Die nächste Zahl Pi hat jetzt eine Sonderrolle. Denn die Zahl Pi kann man nicht als Bruch und auch nicht als periodische Dezimalzahl darstellen. Ist folglich auch die typisch bekannte irrationale Zahl, liegt daher nur im Bereich R und im Bereich C drinnen. Denn wir wissen, dass jede irrationale Zahl nicht im Bereich der rationalen Zahlen drinnen liegt, nur im Bereich der reellen Zahlen und im Bereich der komplexen Zahlen. Die letzte Zahl, die wir haben, ist minus 2i. Wieder eine typisch komplexe Zahl. Wir haben hier keinen Realteil, der Realteil ist 0. Wohl haben wir einen Imaginärteil. Der ist minus 2, der ist multiplikativ mit dem i verbunden, ist eine rein imaginäre Zahl, ist also im Bereich C enthalten, nicht aber in R. Diese Beispiele sind ganz wichtig für die Schularbeit und auch für die Matura. Vergiss hier nicht, dass du auch in den nächsthöheren Zahlenbereichen immer ein Kreuzchen setzen musst, da diese Zahlenbereiche miteinander eine Teilmengenrelation haben. Das heißt, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der ganzen Zahlen und so weiter. Jetzt wollen wir uns im nächsten Video dann auch anschauen, wie komplexe Zahlen grafisch in einer komplexen Zahlenebene auch dargestellt werden können.